Ja, ich bin mir sicher, dass ich sprechen möchte. Ja, ich bin mir noch sicher. Ja, Gottverdammt. Da sind wir diese Maschinen und Tesla-Spuren. Ich weiß noch nicht, wie viel Schaden die machen. Kommen die an? Nee, haben wir noch nicht. Jetzt aber hoffentlich. Nö, die bleiben jetzt bei den Tesla-Spulen stehen. Na gut, gehen wir jetzt erst auf die Flasche einfach. Das gefällt mir nicht. Die Tesla-Spulen verursamen Schaden. So, die werden damit alle hin. So, die 2.000 Ocken gehören uns. Und jetzt sage ich erstmal speichern. Ja, ich bin mir sicher. So. Und dann sage ich, greifen wir erstmal die Tesla-Spulen an. Ähm, okay. Die hauen zwar einen ordentlichen Damage raus, aber was aushalten können die nicht. Das finde ich sehr gut. So, andauernd speichern. Das ist Pflicht in diesem Spiel. Na super. Ach, natürlich. Was haben wir denn da? Ach, da ist wieder so ein Proxo-Vieh. So, dann betätigen wir einfach mal komplett vor und vor allem auf den Hebel. Und dann tun wir einfach mal so, als würde uns das nicht stören, dass da gleich garantiert wieder irgendwelche Panzer kommen. Das ist ein Prox-Vieh. Wirklich. Alter. Wieder so eine knappe Sache. Aber falls wir über die Brücke kommen, kann wir so schön alle einzeln platt machen, weil um so einen dicken Panzer herum Ich weiß nicht, ob die Goblins da so gut durchkommen. So, einfach mal komplett unfall genommen. So, ich weiß nicht, ob es nicht so gut ist, ob es nicht so gut ist. WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH WDR mediagroup GmbH So, gehen wir mal nochmal, so. Ich will besser lieber nicht wissen, was hinter den Türen ist. Ja, 1, 2 oder 3. Welche Tür darfst du sein? Doch, der Zong. Das war der Zong. Ui, das finde ich noch mal viele geklappt. Oh, diese furchtbaren kleinen Drecksviecher, ey. So, gespeichert. So, gespeichert. So, gespeichert. Das war's für heute. Ach, Gott sei Dank sind jetzt alle tot. Oh, ist das jetzt hier wieder so aussuchen? Welcher Weg darf es sein? Tja, welches Schweinchen hätten es denn gehabt? Ich nehme das hier. Ich nehme das hier. Ach, Gott sei Dank ist alles jetzt tot hier. Ja, 1500 Gold. Ich nehme das hier. So, eine runter. Boah ey, ich dachte schon, ich schieße jetzt auf die Fässer. Ich nehme das, ich nehme das, ich nehme das. Oh, einmal Wiederbelebung. Und zwar in der Kampfmagia-Sprung. Ja, das ist gut. Oh, ich nehme das, ich nehme das. Oh, ich nehme das. Oh, ich nehme das. So, das hätten wir auch. So, dann einmal kurz sammeln. Speichern. Wir werden das mal gucken. Wie sieht es aus mit Heiltrinken? Ui, nicht mehr so gut. Das ist so einfach fließbar in Arbeit. Was ist das denn? Oh, das ist so. 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 Oh. Oh, das ist so. Oh, das ist so. So, Gesundheitstränke, die nehmen wir immer gerne mit. Oh, das ist so. Oh, das ist so. Untertitelung des ZDF, 2020